Für die Entführung und Vergewaltigung eines zwölfjährigen Mädchens in Leipzig muss der Täter sechs Jahre und elf Monate in Haft. Das Landgericht verurteilte den 36-Jährigen unter anderem wegen schwerer Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs sowie Freiheitsberaubung. Der Mann hatte das Mädchen im Juni in einem eigens dafür präparierten Transporter verschleppt und missbraucht. Der Zwölfjährigen gelang es, mit dem Handy einen Notruf abzusetzen. Spezialeinsatzkräfte konnten den Transporter darauf lokalisieren und das Kind nach drei Stunden aus der Gewalt des Entführers befreien. Das Gericht war an seinem Urteil der Verteidigung gefolgt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten elf Jahre Haft gefordert.